Der Schwind Amaris 1050 RS ist ein Premium Hightech Laser. Was bedeutet das? Dieser Laser verfügt über einen extrem schnellen Eye-Tracker, was von besonderer Bedeutung bei Korrektur der Hornhaut Verkrümmung ist und steigt auch die Präzision der Behandlung. Das ist auch der schnellste Laser, der derzeit auf dem Markt zu bekommen ist. Die Kombination aus dieser verwendenden Technologie in Kombination mit unserem Know-how führen zu einer extrem hohen Erfolgsrate der Behandlung der Sehfehler.